Habt ihr's bald mal! Niko kann das glaube ich auch alleine machen. Wo wollt ihr überhaupt hin? Was wollt ihr machen? Ach so einfach nur weiter nach oben? Ja weil da Tränke waren, aber die hat Niko jetzt geholt glaube ich. Sehr gut Niko. Na einer muss da hier mal was machen, ne? Und sterben. So. Gehst du da hoch? Ja. Ich brauch schon wieder irgendwen zum Wechseln. Weil hier so... Oh, da kommen Tränke runter. Gute aufpassen. Max, hol doch einfach jemanden, wenn du wählen brauchst. Ich mein, das Spiel ist für drei Personen. Nö, er will nicht mit uns zusammenspielen. Ja, ne? Du willst alles alleine machen. Ich stehe hier einfach unten und nehme nur auf und ist total langweilig. Wir sind nur dafür da, dass er die Charaktere immer bei sich hat. Genau. Wir nehmen dich sozusagen mit für ihn. Wenn ich alleine spiele, alleine rede ich auch blöd. Hä? Würdest du aber alleine spielen wollen, oder was? Nö. Dann redet ja niemand mit mir. Ach, nur das ist wichtig. Ja. Na dann, dann reden wir am besten überhaupt nicht mehr. Geld-Ziese hier. Geht's da oben weiter? Ja. Ja, aber ich komm da nicht hoch. Wir brauchen den Gästengeld. Los. Ja, aber dann dürfen wir nicht alle hier gleichzeitig rauf, damit sie nicht, genau das nicht passiert. So. Ich muss erst ausgleichen und... Ja, aber das ist hier drüben, war hier drüben schon jemand. Wann, da ist auch noch... What the fuck? So. Okay, jetzt bin ich... Ich hab's noch gar nichts zu kaputt gemacht. Guck mir leid. Da oben ist aber noch was. Oder wir machen's hier. Weil hier könnte ich eventuell... Wenn du mir die Luft zeichnest. Da oben. Achso, ja. Hier. Okay. Das war mein Fehler. Ähm. Leute, hier unten ist auch noch was, ne? Wo denn? Hier oben... Ist das hier eine Wand, die man kaputt hauen kann? Oder sieht das nur so aus? Ah. Äh. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht, weil ich nicht weiß, wo ihr seid. Ich bin nicht gerade ein bisschen... Unten. Ja, natürlich, da geht's doch weiter. Dummechsen. Ach, lasst mich doch mal in Ruhe jetzt. Okay. So. Ey, wie du jetzt hier bin, ich hab keine Ahnung, wer ist denn jetzt wer? Ich bin immer noch der... Ah, der Magier. Aber ich weiß nicht, was wir vorhaben und wo wir hinwollen. Äh, du musst das Feuer, glaub ich, ausschalten, damit die Monster nicht mehr spawnen. Ich hab das Gefühl, wir müssen hier loslegen. Warte. So. Jetzt guck ich mal hoch, was da los ist. Das... Ja, die Monster kommen nicht mehr. Was soll das denn hier? What the fuck? Geld macht das Feuer aus. Ja, ich geh... Achso, umdrehen schon gut. Ich... Ich merke schon. Ich spüre mich wieder... Verarschen. So. Jetzt will ich wieder tissen. Ja, ich... Ich mag ja den Zauberer eigentlich ja spielen, aber... Dieses Drehen von Röhren, ey. Oh. Zum Kotzen. Kannst du das Feuer? Genau. Und... Ähm... Wart ihr oben rechts schon, oder? Ähm... Moment, hier ist ein Speicherpunkt. So. Ich kann mal gucken, was da ist. Ja, ich... Äh... Ich... Auch. Ja, ich brauche seine Hilfe da oben. Du musst mir eine Kiste hochzeichnen, damit ich da... Irgendwie... Kiste. Oh Gott. Nicht die Flanke. Das eben. Wurde hochkatapultiert. Warte, ich häng mich da nochmal... Geh den normalen Weg, wie wir alle. Nimm dich keinen normalen Weg. Doch, so. Aber... Kiste, siehste. Geh der denn jetzt hin? Ich wollte einfach mal gucken, was wir oben sind. Ich glaub, du musst uns bewegen. Ja. Ja. Wie sieht das aus? Versteh ich nicht. Aber nicht, das bin ich doch schwerer. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber langweilig, wenn's einfacher werden würde, ne? Wir sind doch schon raus. Wir sind jetzt schon ausgeliefert. Ich hab das Gefühl, du musst die Röhre mit runternehmen. Dann muss ich hier wieder rauskommen. Ach nein, nicht schon wieder Spiegel. Ich nehm mal die... Ja, kann ich sogar. Warte. Und... Ein Bad. Ja, das ist jetzt desinfiziert. Und du stehst drauf. So. Dann gucken wir doch mal, was wir davon haben. Hä? Warum nimmst du das Ding jetzt mit? Ich dachte, wir bräuchten's. Nee, hier drüben fängt das wieder an mit Spiegeln. Da brauchen wir keine Röhre aus. Dabei lief alles so gut mit dem Hinstecken. Also die Spiegel nerven mich ein bisschen, muss ich sagen. Warte mal. Mach das mal. Hier gibt's aber auch keinen Hebel hier unten. Wir haben uns eingesperrt. Ich mein... Yay, Portal! Ui! Und nu? Okay, lass uns die... Lass uns gucken, was zu tun ist. Ab... Gesammelt. Das macht nur die Klappe auf. Das hilft uns hier nicht weiter. Okay. Vielleicht soll ich mich hier runterfallen lassen? Ja. Warte, geht's hier weiter? Oh, warte, warte. Ah, ist das nicht die eine aus dem Titelbildschirm? Was? Ich glaub... Oh nein! Nee, Geld, ich glaub du musst lesen, du nimmst auf. Ja, aber haben wir schon alles eingesammelt? Na, geht's da um weiter? Nö. Okay. Also rechts geht nicht mehr weiter. Ich geh grad runter. Okay, lesen. Danke für das Megalion, Rosie. Was für einen Spaß wir hatten. Lass uns das das nächste Jahr wieder machen. Ich will lieber die Treppen dahin hochgehen. Ich finde es so gemein, dass... Oh, Lespen. Okay. Ich finde es so gemein, dass das so dreidimensional gebaut ist, aber man nur nach links und rechts gehen kann. Ja, das ist ne Verarschung. Ich dachte, so spät ist man verarschen. Aber es macht trotzdem Spaß. Ja. Ja. Auch verarscht macht manchmal Spaß, weil es mehr ist, als man sonst bekommt. Oh. Oh nein. Sag uns nicht, wir müssen... Wir müssen uns jetzt damit hochkatapultieren. Irgendwas müssen wir machen, aber wir müssen uns hier hoch. Okay, jetzt kommt's auf Timing an. Wir sind... Zwei Sachen habe ich eingesammelt, das ist schon mal etwas. Das ist ausgeliefert. Schon wieder. Du musst erst nach links, oder wie? Keine Ahnung, weil ich mal runterfalle. Warte mal, kann ich... Okay, hier links ist nichts mehr. Kann ich das hochheben? Nein. Also... Ach, das ist... Also Timing ist gar nicht... Bäm! Ihr müsst erst nach links. Und nun? Schon wieder. Okay, was soll ich jetzt damit machen? Ich bin gestorben. Hier ist ein Knopf. Kann man den drücken von unten? Okay, ich mach doch mal langsam. Wir sind noch nicht da. Ich schon. Achso, warte. Ich habe jetzt Taktiker rausgefunden und bin jetzt aufgeregt. Schau mal, wirklich Portly hier. Warte. Kick. Ich krieg einfach den letzten Sprung wieder nicht hin. Das ist so zu kurz. So. Nun müssen wir gucken, wie wir da rüber kommen. Ja. Da kann ich eine richtig lange Planke machen. Nein. Ich bin da. Du hast aber einen vergessen. Ja. Aber hier gibt es auch nichts zu tun. Geht! Nico stirbt, aber das kriegt nicht mit. Also ist mir so wichtig. Ich sterbe nicht. Ich bin immer nur kurz vor knapp. Du musst erst nach links und dann wieder nach rechts. Geh mal weg. Das mach ich doch. Ich denk's. Komm so. So und. Ich ver... Das braucht nicht mal so lange, bis es hoch geht. Das ist so nervig. Oder wir müssen irgendwie was machen mit den Spiegeln. Aber ich wüsste jetzt nicht genau was. Muss ich so hören. Wenn sich einer sich da hochkatapultieren. Max runter. Ich denk's. einen riesen Schaden krieg, wenn ich da durchgehe. Falsch rum. Ähm. Geh mal mal das... das Portal anders. Äh. Wir können sich alle sterben lassen und dann belebe ich mich wieder. Weil ich war auch schon beim nächsten Speicherpunkt. Dann schieben wir einfach ein bisschen. Ja, ich bin tot. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir es schaffen sollten. Mit dem Spiegel da unten. Deine Planken. Ach du, bist du tot. Wenn ich mich jetzt wiederbelebe. Und dann komm ich unten wieder raus. Ja, warte. Ähm. Ja, das ist ein bisschen doof. Komm schon, lass mich sterben. Ich will sterben. So. Wenn ich mich jetzt wiederbelebe, bin ich immer noch hier vorne. Warum? Gut, gut, gut. Bin gleich tot. Aber jetzt kann ich mal das... Ja, das bringt nichts, weil dann... Ihr spawnen dann wieder hier. Nein, mit dem Spiegel können wir nichts machen. Ich glaube, du musst... Doch, vielleicht muss... Weil ich muss sicher einer da durch teleportieren, dass er den Knopf drücken kann. Ach so, nee, nee. Das ist hier. So, dafür. Ich wusste nicht, dass man das gedrückt halten muss. So. Dann lassen wir das so. Ähm. Nur, wie kommen wir jetzt rüber? Ich verstehe immer noch nicht ganz genau, wie man bei sowas rüberkommt. Ich guck mir einfach nochmal, was da drüben ist. Kann man vielleicht irgendwas mit dem Planken machen? Irgendwie? Warte mal, ganz kurz. Ähm. Ich habe... Goma weg. Denk. Habt ihr irgendeine Fähigkeit, die man benutzen kann oder so? Nein. Aber kann ich nicht... Das Einzige, was ich... Nein, okay. Ähm. Na, ich könnte ja rüber mit den Planken. Nico bestimmt auch. Aber du nicht. Ja, das ist total wild. Ich komme da nicht rüber, aber ich nicht, weil ihr hochkommt. Ich probiere mal... so rüber zu kommen. Ja. Gator hat grad deinen Namen gesagt. Wer? Der Sprecher. Er hat grad von einem Gate gesprochen. Gibt ihr schon Tipps? Ich krieg die gar nicht mit. Ach komm, lass uns doch jetzt einfach rüber spawnen. Ich brauch' ich deine Planke. Der Scheiter muss das Tor öffnen. Ja, der Scheiter muss das Tor öffnen. Los. Ja. Okay, ich bin beim nächsten Speicherpunkt. Und Nico auch. Ja, weil ich tot war. Oh, Spinnen. Nico. Dann bring' ich mich jetzt um. Aber ihr heilt mich die ganze Zeit wieder. Okay. Entschuldigung, dann geh jetzt mal. Schon gut, ich bin da. Überall spinnen, überall spinnen, überall spinnen. Hinter dir. Das war gut gelöst. Das war gut gelöst. Hey, ich bin der Marionette. Hey, ich bin der Marionette. Ach, Gates. Ich schwebe. Oh, das ist ja Platz. Spielkind. Ach, das ist schlimm mit dir. Aber der macht voll Spaß. Okay, warte. Nein, sag oben, Bitch. So. Und das bringt jetzt was? Ich schwebe. Äh. Noch mehr Laser und noch mehr Kugeln. Danke. Wie ich einfach schon weiter bin als hier. Dann geh doch mal da unten und mach den Speicherpunkt, dann kann ich mich da wiederbeleben, du Hädelst. Boah, siehst du das schon? Achso, ja, weil du mir nachspionierst, ne? Ja, natürlich. Ich bin der Gates-Dorker. Was denkst du denn? Sei schlimm. Da braucht man einen Levelaufstieg. Eine schwebende Plattform? Magisch. Oh Gott. Oh, Levelaufstieg. Ich musste es nur sagen und schon ist es passiert. So. Wir haben die Möglichkeit. Äh, drei Objekte, Eispfeil, Feuerfeil oder Feuerschwert. Äh, drei Objekte, oder? Ja. Mach das, würde ich mal sagen. Äh, drei Objekte machen wir. Was bringt der Schalter? Was macht das Tor auf? Ja, ich muss ziemlich kurz kümmern. So. Drei Objekte, wir sind super dubi. Gate, kannst du die Plattform hier einfach so bewegen? Aus der du stehst? Oder aus? Nein. Nichts anwählbar. Und die hier? Doch, warte, die kann ich. Cool. Das sind die Plattform, die einfach nur so rumschweben. Was ist da drüben dann? Ist da irgendwas? Nein. Was fällt hier runter? Kisten. Oh Gott. Das würde ich lassen. Unten. Geht ihr schon weiter? Ja, wenn oben nichts mehr ist. Oh, wie einfach immer weiter? Aha! Heftig. Fangen wir die Kisten auf. Ich dachte, das passiert nur in einem schlechten Film. Kannst du Max rüber schwingen? Ja, warte. Bitteschön. Hüi! Tschüss, Nico. Das nächste Mal, ich schwör's dir. Das nächste Mal. Ich hab nichts gemacht. Du bist dran. Mhm. Ich hab wirklich nichts gefahren. Oh Gott, warum bin ich gesprungen? Warum springst du? Ich hab keine Ahnung. Wirst du, Nico, ich helfe dir sogar? Bin ich nicht nett? Mhm. Hallo. Ich bin so nett. Ich hab Angst da durchgefahren. Ich schaff das schon. Weil hier kann ich auch eine Planke oder so machen. So, dann wollen wir mal. Katapult, Nico. Yay. Juhu. Okay. Aber wir wollen da ganz nach oben. Das schaffen wir am besten mit dem... Ah, fast. Komm schon. Geht das noch früher? Nein. Doch, ich hab's geschafft. 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 Wo ich bin. Das ist ja unheimlich. Ah, jetzt aber. Juhu. Geschafft. Oh mein Gott. Das war ja... Durcheinander. Super. Oh, cool. Ja, warte. Oh, hinter mir. Was kommt davon? Nö, ich hab's ja gesehen. Das hat mich angespuckt. Hier oben so ne Küste geht. Oh ja, warte. Also das mit dem Spiegel ist wirklich ein bisschen übertrieben. Ui, dunkel. Was hat das jetzt gebracht? Ich muss da hoch, glaub ich. Oder... Ja, muss da hoch, glaub ich schon. Das reicht nicht. So. Reicht das? Nein. Du musst du wohl nie. Bleib doch, warum bist du jetzt nicht obendrauf geblieben und einfach gesprungen als er die Kiste hoch gesetzt hat? Weiß ich auch nicht. Lass mich doch. Lass mich doch. So. Und ist schön? Guck mal hier. Hehehehe. 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 Ich dich einfach nur hasse. Hehehehe. 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 Ich find's toll. Hehehehe. Hehehehe. Jetzt muss einer von euch mit hier hochkommen. Hehehehe. Ja, aber Gail ist jetzt nach drunter gesprungen, ne? Ich bin nicht runter gesprungen, ich hab einfach nur gedacht, bleib ich mal stehen. So, okay. Wie, einer, einer muss mit hochkommen? Ja, aber hier, wie dann eine Plattform zerstört werden muss, an die ich nicht hochkomme. Achso, okay. Oh, toll gemacht. Achtung. So, okay. Ne, guck ich mal auf die andere Seite, dann mach ich dir jetzt, äh, oder so. So. Und nochmal. Ah. Das ist echt schwer. Schaffst du da hoch? Ja. Und jetzt. Nein. Ich war hoch. Oh, man. Verdammt. Ah, bestimmt geht das irgendwie einfacher, aber ich weiß nicht wie. Das ist nicht so dumm für. Wir sind die Chaos-Truppe. Natürlich kriegen wir keinen einfachen Weg hin. Was denkst du denn? Kommst du da hoch? Wir wollen natürlich alles bekommen, deswegen. Ah, sehr gut. So, wo brauchst du jetzt Hilfe? Da oben. Das sind zwei Flaschen. So, wo, was braucht ihr jetzt? Ui. Wir sind alle jetzt hier oben. Lass uns ne Party machen. Di, 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 di. Yeah, yeah. Uff, 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 wupp, wupp, wupp. Kannst du keine Disco-Cube schören? Ja, du, die Kisten. Wer braucht die? Na mal die Disco-Cube. Mal die Disco-Cube. Probier man greift. Das geht nicht. Das geht nicht kaputt, wie es scheint. Das ist jetzt Disco-Cube. 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 Alles immer auf Neko komischerweise. Was geht die nicht ab? Hier, mach die kaputt, Neko. Die dije, dir, die Disco-Cube. Hier, warte, hier. Wir sind nicht mal. Und los. Moment, boah, das war noch mal wieder. Juhu, in your face. Das war lustig.